Die Poesie mag das anders sehen und ihr Chef mit Sicherheit auch, doch rein biologisch betrachtet gibt es nur wenige wirklich wichtige Motivatoren, die durchweg ganz spezifische hormonelle Prozesse auslösen. Sexuelles Interesse zum Beispiel ist eine kraftvolle Motivation, sie zieht uns hin zu einem ganz speziellen Menschen. Fühlen wir uns bedroht, treibt uns ganz nach Einschätzung der eigenen Chancen die Motivation zu überleben in den Kampf. Oder weg von der kritischen Situation in die Flucht, denn was lebt, will auch am Leben bleiben. Beide Situationen, sexuelles Interesse und Kampf oder Flucht, lösen ganz spezifische hormonelle Prozesse aus. Ebenso überlebenswichtig ist auch das dritte klassische Beispiel, die Ernährung. Betrachten wir hier genauer, wie aus einem Bedürfnis Motivation wird und aus der Motivation schließlich eine zielgerichtete Handlung. Diese äußert sich heute nur noch bei wenigen Vertretern des Homo sapiens in dominanzorientierter Rüpelhaftigkeit, doch alle müssen wir uns ernähren. Zur Kontrolle von Sattheit und Hunger gibt es diverse Regelkreise im Organismus. Einer von ihnen beruht auf dem Hormon Grelin. Es wird im Magen produziert, sobald es Zeit wird, etwas zu essen. Über die Blutbahn gelangt Grelin ins Gehirn und dort unter anderem in den Hypothalamus, einer wichtigen Steuerzentrale für viele Körperfunktionen. Dort führt Grelin dazu, dass weitere appetitanregende Botenstoffe ausgeschüttet werden. Auch das Belohnungssystem, hier besser als Motivationssystem zu betrachten, wird aktiv und sorgt dafür, dass Bilder von Nahrungsmitteln nun verlockender erscheinen. Bewusst wird uns das Bedürfnis unter anderem in der Insula. Nun planen wir, wie wir etwas zu essen bekommen. Zur Umsetzung des Plans spielt der motorische Kortex eine entscheidende Rolle. Motivation ist immer eine Motivation zur Handlung, selbst wenn wir nur mit der Hand nach der Kekspackung greifen. Nahrungsaufnahme ist ein lustvoller Prozess. Und sobald wir der Motivation nachgekommen sind, dürfen wir tatsächlich von Belohnung sprechen. In Form von Dopamin zieht sie ihre Bahn vom ventralen Tegmentum zum Nucleus Accumbens. So entsteht ein Gefühl der Befriedigung. Womöglich denken wir, diese Kekse kaufe ich bald wieder. Verhaltensweisen, die solcher Art belohnt werden, erfahren eine positive Verstärkung. Und das ist die Schattenseite der Motivation. Die Welt ist voller Versuchungen, auch ohne, dass der Körper lebenswichtige Bedürfnisse anmeldet. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020